Hey Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Unboxing-Videos zu Sonne und Mondstunde der Wächter und wir wollen jetzt nun die zweite Seite des Displays aufmachen. Wir haben im ersten Part eigentlich ganz, ganz gut gezogen. Wir haben an Gandiras GX gezogen, Maho als Full Art Karte und Wolverog GX als Full Art Karte. Und ja, ich habe die Karten jetzt auch eingetütet, soll heißen, denen kann jetzt auch nichts mehr passieren. Und ja, wir machen jetzt nun die zweite Seite des Displays auf. Und wir beginnen mit Alola Vulnona wieder mal, wie eigentlich auch im letzten Video. Ich meine, da hätten wir auch mit Alola Vulnona angefangen. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ist ja auch egal. So, vielleicht haben wir jetzt hier nochmal das größere Glück drin und ziehen hier nochmal einige Karten, die uns ordentlich zur Seite stehen können. Wir finden es heraus. Wir beginnen mit der Elektroenergie, Garstella, Halla, Schutzzone des Äther-Paradies. Dann haben wir ja noch drin Alola, Sandan, Waumball, Knofensa, Skorgler, Nagelotz. Guck mal, da ist die Reverse und die Stern ist Hytera. Hytera als Full Art. Sieht auch mega, mega nice aus mit den ganzen Herzen da. Eine wunderschöne Wear-Karte auf jeden Fall. Warte mal, wir machen das anders. So, wir legen die Booster-Packs hier oben hin und die seltenen Karten, die wir jetzt schon gezogen haben, ach, warte mal ein, die legen wir hier hin. So, und die Booster-Packs, die hole ich mir jetzt hier an die Seite, damit wir die dann hier nun an der Seite liegen haben. So sollte das eigentlich funktionieren. Eigentlich. Man weiß es nicht, ob es so funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ach ja, falls ihr es noch nicht erwähnt haben solltet im ersten Video. Das Display habe ich von Gate to the Games. Ja, der Shop von denen ist in der Videobeschreibung. Checkt den auf jeden Fall mal aus. Dort kriegt ihr die ganzen Displays, Booster, Tinboxen und was weiß ich auch zu einem ganz, ganz günstigen Preis. Und ich wusste halt noch nicht, ob ich es im ersten Part schon erwähnt haben sollte, aber das sollte eigentlich jedem klar sein. Oder fast jeder bestellt ja bei Gate to the Games. Das ist ja nichts Neues. So, Fel-Oasi, Alola, Sandan, Ultrigaria ist die Reverse und Tohido ist die Stern. Nichts Besonderes haben wir hier drinnen. Macht aber nichts. Nächstes Display bringt vielleicht ein bisschen mehr Glück. Habe ich jetzt gerade gesagt, nächstes Display bringt vielleicht ein bisschen mehr Glück. Ich meinte natürlich nächstes Booster Pack. Falls sich jetzt da einige aufregen sollten. Nein, du hast es aber falsch gesagt. Ja, ich weiß. So, Feuerenergie haben wir hier drinnen. Koaleo haben wir hier drin. Lamos, der Plätscherhügel, Galatini, Kramorx, Mollung, Nasknet, Schwalbini, Kramorx ist die Reverse und die Stern ist Tortonator GX. Nice. 190 Kraftpunkte mit der Attacke Panzerfalle und Helle Flamme und dem Nitro Tank als GX-Attacke. Boah, das Artwork sieht mega nice aus. Die Karte muss ich direkt eintöten. Die muss ich ja mega eintöten. Es gibt auch Tortonator als Rainbow Full Art. Oder als Rainbow Air, je nachdem wie man es bezeichnen müsste, ja. Jeder hat da ja seine eigenen Namen für. Die wäre nice, wenn wir die ziehen würden. Aber diese Karte ist auch auf jeden Fall mega, mega nice. Tortonator GX. Boah, das Artwork, das sieht mega, mega nice aus. Die Flamme hier vor allen Dingen, diese Flamme hier, die sieht, finde ich, am geilsten aus, wirklich. Wow, die sieht cool aus. Die Karte sieht auf jeden Fall nice aus. Schöne Karte auf jeden Fall. Ja, hat sich doch gelohnt, hat sich doch gelohnt, dieses Booster Pack. So sollte es auf jeden Fall auch immer weiter gehen. Gucken wir mal, was uns in diesem Booster Pack erwartet. Es ist Wolverock in der Nachtform. So, Booster Pack bei Seitlingen. Die Kampfenergie erwartet uns hier drinnen. Das Wahlband, Gelatropo, Elphon, Miniras, Reislaus, Macholo, Walma, Fellursi, Voluminas ist die Reverse und die Stern ist die Ponytox. 120 Kraftpunkte mit der Attacke Mülllawine und Säurespeier. 70 Schaden und 20 plus. Und das hier ist Deponytox. Das Müllhaufen Pokémon. Höchstpersönlich, weil ich es eigentlich ziemlich cool finde, dieses Pokémon. Also es gibt ja sehr viele Leute, die haten das Pokémon, aber ich finde eigentlich, dieses Pokémon ist eigentlich gar kein schlechtes Pokémon. Ich finde sogar das Design von ihm ganz gut, besonders in der Shiny-Form, weil die Müllklötze dann da nicht diese lilafarbenen haben, sondern dann so türkisfarbene blaue haben. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Muss ich einfach mal so gesagt haben. So, Skorgro, Lillimip, Unratutox, Macholo, Alola Kleinstein, Pampuli. Die Energieaufbreitung ist die Reverse und die Stern ist ein Sazenia. Nichts Spektakuläres. So, nächstes Boosterpack kriegen wir aus heute noch auf. Wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. Aber ohne Witz, die Boosterpacks gehen wieder leichter auf. Keine Ahnung, was die Hersteller sich dabei gedacht haben, dass die Boosterpacks jetzt auf einmal leichter aufgehen. Ich finde es gut persönlich, ja. Also wenn man sich das von Steam-Sieger oder so anguckt, ja, das war ja eine Katastrophe, wie man diese Boosterpacks für mich aufreißen musste. Das war ja schon nicht mehr feierlich, ne. So, ich muss es aber auch mal eben. Aber ihr müsst wissen, die ganzen Karten, die ich jetzt hier neben mir schmeiße, die liegen jetzt alle neben mir. Und die Schutzhüllen, die habe ich jetzt hier nicht wirklich mehr neben mir liegen, weil die schon verdeckt sind. Deswegen musste ich die jetzt mal eben beiseite legen. Schnäppke. Ich schaffe es irgendwie immer wieder, die, äh, vorletzte Card, die, ja, die vorletzte Card, die Reverse Card immer als erstes wegzuziehen. Viscora und Morbites ist die Stern. Ja, Morbites kann man sich jetzt auch um das Aussehen streiten. Ich persönlich finde es eigentlich ganz okay. Aber es geht ja hier nicht nur aussehen, ne. Es geht ja hier darum, dass wir gute, seltene Karten ziehen. Was wir natürlich schon hatten, ja. Also wir hatten wirklich schon mega, mega gute Karten gezogen. Aber es geht noch was, finde ich. Es geht, finde ich, noch was in diesem Display. Und, ähm, weißt du was, ich werde jetzt, ja, so kann man es eigentlich auch nicht machen. Ich wollte jetzt eigentlich diese ganzen Karten überspringen, weil wir haben die ja schon, eigentlich schon in Hülle und Fülle gesehen. Aber das kann ich jetzt auch nicht machen. Deshalb gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Die Rettungstrager haben wir hier und Fiaro, was wir schon in Reverse gezogen haben. Nichts wirklich Spektakuläres. So. Nächstes Boosterpack, ein Lichtl begrüßt uns. Aber ein Lichtl hat ja nichts wirklich zu sagen. So. Die Feenenergie haben wir drin. Das Wasserpflaster. Ultrigaria mit dem Sabber. Datignis. Lichtl. Oh, da hat man schon glitzern gesehen. Mobimorla. Pampam. Alola, Vulpix. Shanera. Absol ist die Reverse. Und die Stern ist Capufala GX. Ja, so eine Karte wollte ich zum Beispiel ziehen. Capufala GX. Das Ganze gibt es auch noch mit Capuriki GX. Ich meine sogar in Full Art. Aber Capufala war auf jeden Fall eine Karte, die ich unbedingt ziehen wollte. Weil sie sich auch einfach gut spielen lässt. Und das schauen wir uns jetzt auch mal genauer an. 170 Kraftpunkte mit der Attacke Energieantrieb 20+, der Fähigkeit Wunderfang und Capu Heilung GX ist die GX-Attacke. Heile alle Schaden bei zwei Pokémon auf deiner Bank. Ja, das ist halt die besondere Karte. Man kann gleich zwei Pokémon auf seiner Bank heilen mit dieser Attacke. Und deshalb ist diese Karte auch so besonders. Ja, und das Artwork halt, ne? Das Artwork zählt halt auch diesmal wieder mit. Nice! Die Karte, die ich unbedingt ziehen wollte, haben wir gezogen. Richtig, richtig geil. Es gibt ja in jedem Booster, in jedem Display oder beziehungsweise in jeder Erweiterung eine Karte, die man sich unbedingt wünscht, dass man die zieht. Äh, was gab es denn da? In Steam-Siege war es Mega-Starlos, EX in Full Art. Weiß ich nicht, was noch alles, ne? Aber ich finde es gut, dass wir diese Karte auf jeden Fall schon mal gezogen haben, die ich unbedingt ziehen wollte. Das ist auf jeden Fall schon mal die Hauptsache und das finde ich mega, mega nice, diese Karte. Dass wir die jetzt gezogen haben, der Wahnsinn. Mann, schon wieder. Ja, ist ja eigentlich egal. Hypno-Ober ist die Reverse und Trombok ist die Stern. Also entschuldigt dafür, dass ich irgendwie die vorletzte Karte vor der Reverse-Karte immer ziehe und dass man dann die Reverse-Karte direkt sieht. Ne, so wie es gerade eben der Fall war. Ich weiß echt nicht, was ich falsch mache, dass das so passieren muss. Weiß ich beim besten Willen nicht, aber macht ja nix. Wir verpassen ja nix, solange man die Stern-Karte nicht sieht. Es kann das ja eigentlich egal sein. Ne? So, Molung, Nasknit, Schwalbini. Ja, es ist ja schon wieder. Ich weiß es nicht, warum ich das mache. Mach-Holo und Quaxo in Holo. 130 Kraftpunkte. Appell und Hydro-Sprung als Attacken. Ne, Hypersprung, nicht Hydro-Sprung. Hypersprung. Mach ganze 100 Schaden. Und, ähm, du kannst dieses Pokémon und alle es angelegten Karten in dein Deck mischen. So sieht's aus. Ja, die Holo-Karte sieht auf jeden Fall mega, mega nice aus. Legen wir uns mal zu, äh, Hytera hin. Und, ähm, ja, wirklich viele Booster-Packs haben wir nicht mehr. Es geht so langsam auf die Zielgerade zu. Ich werde die Booster-Packs jetzt nochmal ein bisschen durchmischen hier, damit hier mal ein bisschen Schwung in die Bude kommt. Na, weißt du was, dieses Kapuriki machen wir wieder zum Schluss auf. So, damit jetzt hier auch mal ein bisschen Schwung in die Hütte kommt, mischen wir das Ganze mal wie bei Memory. Nur, dass wir hier keine doppelten Karten aufdecken, sondern, ja, eigentlich decken wir ja schon doppelte Karten, auch wenn man es so sieht, ne. Eigentlich ist das eher so. Aber auch nur eigentlich, ne. So, Kampfenergie, Sonnenkreis-Podium, Metang, Mediras, Lichtel, Pampam, Schnäppgebäude. Formeo, Gelatini, Datignis ist die Reverse und die Stern ist wieder mal ein Gelatino. Also Gelatino haben wir, glaube ich, heute schon mehrmals gezogen als in Generations, wenn wir so ein Noccian gezogen haben. So kommt es mir zumindest vor, ja. So kommt das mir auf jeden Fall vor, dass das auf jeden Fall so gewesen sein muss. Stahlenergie haben wir jetzt hier drin. Boah, ich muss mich mal anders hinsetzen, ey. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ich stütze mich nämlich mit meinem linken Arm die ganze Zeit hier so ab und das kann so langsam auf die Gesundheit gehen. Mediras, Energielotterie, Valmar, Felorsi, Paragoni, Iguana, Tarnhill. Tarnhill ist auch einmal die Reverse und die Stern ist Pandrago, was wir auch schon in Holo gezogen haben. Ich meine zumindest, wir hätten jetzt auf jeden Fall schon mal ein Holo gezogen. Das ist auf jeden Fall unsere seltene Karte, ein Pandrago, was man eigentlich oft genug ziehen kann. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Karten wir davon jetzt schon gezogen haben. Aber macht ja nichts, ne. Man macht es ja, um Spaß zu haben, ne. So, Gastella, Feldgebläse, Hypnorba, Botogel, Mediras, Schwalbini, Canivana, Schmerbe, Tektas ist die Reverse. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gezogen. 130 Kraftpunkte mit der Fähigkeit Rüstung und Resolute Klauen, 80 plus an Schaden. Und die Stern ist Solgaleo. Solgaleo und Lunala gab es ja im Basic Set als Full Art Karte. Lunala haben wir ja auch in Full Art gezogen und das ist jetzt Solgaleo als normale Stern. 160 Kraftpunkte. Strahlender Pfeil und Sonnenkreisfänge, 170 Schaden. Dieses Pokémon kann Sonnenkreisfänge während deines nächsten Zuges nicht einsetzen. Also doppelt hintereinander dieser Attack einzusetzen. Geht nicht, wäre aber auch ein bisschen zu OP, wenn man mal eben in jeder Runde 170 Schaden abziehen könnte, ne. So, die Karte legen wir uns mal zu den Holos beiseite. Ich finde, Solgaleo ist halt was Besonderes. Ist ja das Signature Pokémon aus Pokémon Sonne, also von daher, was soll's. So, die letzten Booster Packs nennen wir uns. Noch vier Stück. Und da habe ich es wieder glitzern gesehen. Junge, 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 ich frage mich, was das sein könnte. Ja, aber wir werden es auf jeden Fall gleich herausfinden. Datignis, Alola, Vulpix, Molly Morba, Solgaleo jetzt diesmal in Reverse. Und die Sternen, Alola, Vulnona, GX. Na, uh, die Karte sieht nice aus. Die Karte sieht auf jeden Fall nice aus. 210 Kraftpunkte mit der Attacke Eisklinge und Blizzardklinge, 160 Schaden und eisiger Pfad. Ja, das hier ist Alola, Vulnona, GX. Auch, wie ich finde, eine richtig schöne Karte, auf jeden Fall. Kann sich sehen lassen. Diese Karte tüten wir auch direkt ein. Also es ist gut, dass ich jetzt mir Schützeln geholt habe, damit die Karte nicht beschädigt werden. Und ich sage, die zweite Seite des Displays ist immer besser als die erste. Ja, also da muss ich ja nichts sagen. So, Alola, Vulnona, Vulnona, GX. So, bezaubernde Karte, auf jeden Fall. Echt. Also wirklich. Die Karte hat es auf jeden Fall in sich. So, wo lege ich die jetzt am besten hin? Ich glaube, ich lege die jetzt mal hier an die Seite hin. Die Hausbeute, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, Leute. Die letzten vier Booster Packs. Zweimal mit Wolverog, einmal mit Capuriki und einmal mit Mendiras. Ich würde sagen, wir fangen mit Mendiras an. Danach kommt zweimal Wolverog. Und dann zum Schluss kommt Capuriki. Vielleicht ziehen wir jetzt auch noch Capuriki. Das wäre natürlich jetzt auch noch die Krönung des Tages, wenn wir die jetzt auch noch ziehen würden. Ja, aber die Ausbeute ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, die ist jetzt sogar besser als ein Sonne und Mond Basic Set. Bin ich mir jetzt nicht genau sicher, aber vielleicht ist das ja so, ne? Schutztronen des Etta-Paradies. Tentacha. Pipi. Schmerbe. Kanivana. Datiri. Elisa hat schon wieder diesen Kartentrick verpasst. Und Kramchef. Nichts weiter besonders, aber das Artwork sieht nice aus. Mit den ganzen anderen Kramchef und Kramux im Hintergrund. Das sieht nice aus. Ich muss aber sagen, Kramchef sieht auf diesem Artwork jetzt so ein bisschen aus. Für alle, die Captain Toss Thresher Tracker auf der Wii U gespielt haben, da gab es ja Wingo, diesen Bossvogel. So sieht es Kramischer, finde ich, jetzt so ein bisschen aus mit der Pose. Ist das beabsichtigt oder ist das einfach nur Zufall? Ich glaube, es ist einfach nur Zufall. Weil Pokémon hat ja nicht wirklich viel mit dem Mario-Universum zu tun. Ich glaube, es ist einfach nur Zufall, dass die Karte so designt worden ist. So, mal gucken, was uns jetzt hier so erwartet. Waserenergie zu Bieres. Der Top-Trunk, Mogelbaum, Waubenball, Knofenzer, Skorgler, Alola, Kleinstein, Nagelotz. Die Reverse ist der Spezialhammer. Und die Stern ist Metheno in Holo. Ja, Metheno in Holo sieht auch nicht schlecht aus. 70 Kraftpunkte mit der Attacke Stern, Tower und Cosmic. Explosion. 190 Schaden. Dieses Pokémon ist dann aber kampfunfähig. Sprich, wenn es diese Attacke einsetzt, explodiert es von alleine und es ist besiegt. Aber macht dafür knapp 190 Schaden und das ist wirklich viel. Also, ist im Prinzip die Explosion oder Finale halt nur mit einer stärkeren Attacke. Ist auf jeden Fall schön. Mal gucken, wie sich diese Karte im Online-Spiel spielen lässt. Ob es da etliche gibt, die Metheno auch benutzen werden, um zu Sweepen. Ja, wobei Sweepen funktioniert ja eigentlich nicht so ganz. So, Mashok, Firnotor, was endlich mal aussieht wie ein Eis-Pokémon. Kugmada, Kugmada, Schanera, Lillimip, Iguana, Tentacha. Fell Ursi, Pampam ist die Reverse und die Stern ist Welser. Ja, nichts Spektakuläres. So Leute, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Das letzte Booster-Pack für Sonne und Mondstunde der Wächter steht an mit Kapuriki. Falls wir jetzt hier in diesem Booster-Pack nichts mehr wirklich Berauendes ziehen werden, kann ich sagen. Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig gut gezogen. Ich kann mich absolut nicht über die Ausbeute beschweren. Und ja, schaut auf jeden Fall bei Gator the Games vorbei. Die Leute machen auf jeden Fall einen guten Job. So, Finsternis Energie, Firnotor, Kugmada, Ultrigaria, Botogel, Lusadin, Miniras, Reislaus, Macholo, Wuffels ist die Reverse. Und die Stern für heute ist Chorologel oder Chorogel in der Psyche rum. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle Vogeltypen gesehen. Gut Leute, das war es aber von heute von dem Sonne und Mond Display Stunde der Wächter. Meine, meine Güte, war das wieder ein Video. Und die Ausbeute auch erstmal. Mein Gott. Also so eine gute Ausbeute sieht man auch nicht so oft. Muss man ja einfach sagen. Wir gucken uns die Karten jetzt nochmal an, welche wir alle gezogen haben. Maho haben wir gezogen in Full Art. Okay, ja, gut, okay. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Die Karten mal eben so... Was war das denn jetzt, ey? Die Karten mal eben so wegschmeißen. Okay, wir fangen nochmal von vorne. Alter, was war das denn jetzt? Ich bin ein bisschen aufgeregt. So, wir haben auf jeden Fall Maho in Full Art gezogen. Wolverog GX in Full Art. Capufala GX. Tortunator GX. Grandiras GX. Und Alola Vulnona GX. Ja, das war unsere Ausbeute aus dem Display von Stunde der Wächter. Und, ähm, ja, wenn euch auch dieses Video wieder mal ein bisschen gefallen hat, würde ich mich wirklich, wirklich sehr bei einer Bewertung freuen. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder zu weiteren Videos des Pokémon Sammelkartenspiels. Also, bis zum nächsten Mal Leute und ciao.